Endlich angekommen, der Podcast für das Gefühl, dass sich jeder Mensch wünscht für sein Leben. Willst auch Du endlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Person sein und die tiefe Gewissheit in Dir verspüren, vollkommen angekommen zu sein? Dann bist Du hier genau richtig. Mein Name ist Steffi Christian und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zur ersten Folge des Ganz Angekommen Podcasts mit dem Titel Dein Allersehnlichster Wunsch. Ich danke Dir jetzt schon ganz herzlich für Dein Vertrauen und wünsche Dir nun viel Spaß. Also, dies hier ist mein allererster Podcast, der allererste Podcast in meinem Leben und ich freue mich riesig, dass Du dabei bist. Ganz angekommen im Leben, was heißt das? Es ist für mich ein Gefühl. Ein Gefühl, bei dem meine Mundwinkel nach oben gleiten und mein Herz sich ganz warm anfühlt. Ein Gefühl, mit dem ich die ganze Zeit lachen möchte. Ganz angekommen im Leben, das heißt für mich, dass ich mich zu jeder Zeit so annehme, mich zu jeder Zeit liebe, genau so wie ich bin. Denn so wie ich bin, genau so bin ich gemeint. Doch mein Freund, meine Freundin, das war nicht immer so in meinem Leben. Es gab Momente in meinem Leben, da hatte ich mich völlig vergessen. Ja, ich habe noch nicht einmal bemerkt, dass das Glänzen aus meinen Augen verschwunden war. Ich habe mich im Spiegel gar nicht wahrgenommen. Ich habe mich zwar gekämmt, aber das war auch schon alles. Ich war immer im Außen. Ich habe ständig und stets überall versucht, dass Menschen mich mögen. Ich habe alles getan, um ihnen zu gefallen. Ich habe mich verbogen. Ich habe mich angepasst. Ich habe meine Träume vergessen. Ich habe mich verloren dabei. Und eines Tages bemerkte ich, dass ich ziemlich traurig war. Dann begegnete mir das Liebste, was ich in diesem Leben an meiner Seite wusste zu dieser Zeit. Das war meine Tochter. Sie war damals vier Jahre alt. Und sie kam mit ihren kleinen, strahlenden Augen auf mich zu und rief, Mama. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, ich muss etwas ändern in meinem Leben. Es lohnt sich, das Strahlen in meine Augen zurückzuholen. Und das war der Beginn des ganz angekommenen Podcasts, ohne dass ich es damals wusste. Weil das war der Moment, in dem ich den Schalter umgelegt habe. Der Moment, in dem ich gesagt habe, ich muss alles umdrehen. Es lohnt sich für dieses kleine Wesen zu strahlen. Dieses kleine Wesen ist meine Tochter. Dieses kleine Wesen schaut sich alles ab von mir. Das machen Kinder so. Und du wirst mich verstehen. Ich habe das genauso gemacht. Ich habe meine Mama und meinen Papa angeguckt, als ich klein war. Ich habe praktisch von ihnen gelernt, wie Leben geht. Und sie haben es zu jeder Zeit so gut gemacht, wie sie konnten. Sie konnten gar nicht anders. Doch ich habe das damals nicht hinterfragt. All das, was Mama und was Papa gemacht haben, das war für mich normal. Und genauso habe ich mein Leben aufgebaut. Ich habe dann in der Folge ganz, ganz viele Dinge getan, um immer an vorderster Front zu kämpfen. Ich habe alles gegeben. Ich habe vergessen zu spielen. Ich habe vergessen, mich zu verwöhnen. Ich habe vergessen zu genießen. Ich war immer im Außen und habe nur getan, getan, getan. Und irgendwann, da merkte ich, ich war ziemlich leer und ausgebrannt. Ich hatte alles im Außen. Aber in mir war es ganz schön still. Es war leer und ich wusste gar nicht, wer ich bin. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich habe unzählige Menschen getroffen, die mir Tipps gegeben haben, Tricks. Ich habe Bücher gelesen, jede Menge. Und ich habe mich an die Hand nehmen lassen. Und das war der Beginn einer sehr, sehr spannenden Reise. Mein allergrößter Mentor an meiner Seite, und da will ich die anderen gar nicht unter den Teppich kehren, die waren alle extrem wertvoll. Doch der allerwichtigste Mentor in meinem Leben ist Damian Richter. Und mit ihm ist es mir gelungen, zu vertrauen. Als ich ihn damals hörte, diesen verrückten Kerl, in einem Webinar, habe ich gedacht, hey, Steffi, der ist genauso verrückt wie du. Der redet so, wie ihm die Zunge gewachsen ist. Der redet so, wie man im Leben eben redet. Das waren die Redensarten, die ich kannte von zu Hause. Er hat sich nicht verstellt. Ich musste mich plötzlich nicht mehr verstellt. Ich habe mich wiedergefunden. Das war genau mein Wortschatz. Das war mitten im Leben von der Straße für die Straße. Ich habe immer gesagt, ich bin freigeboren und wild aufgewachsen. Wir hatten zwar nicht alles, wir hatten nicht viel als Kinder, doch wir hatten etwas ganz, ganz Wesentliches. Und das war die Freiheit, die Freiheit, so sein zu dürfen und das machen zu wollen, was wir wirklich in diesem Moment vom Herzen wollen. Meine Mutter hat mir gelernt, immer das durchzusetzen, was jetzt gerade für sie dran war. Und sie hat sich niemals aufhalten lassen. Sie hat mir damit eine unendliche Stärke mitgegeben. Und das, liebe Hörer, liebe Hörerin, das kann ich eigentlich erst heute richtig schätzen. Ich liebe meine Mutter heute von ganzem Herzen. Und ich weiß, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich sie ziemlich verwünscht. Dafür habe ich mich inzwischen schon bei ihr entschuldigt. Meine Mama weiß, dass ich sie liebe. Und sie weiß, dass sie alles richtig gemacht hat, dass sie die beste Mutter ist. Und auch mein Vater. Genauso ist es mir mit meinem Vater gegangen. All das, was er mir mitgegeben hat, das hat er für mich getan, weil er mich liebt. Von ganzem Herzen. Und ich lade dich ein, das genauso zu sehen, dass alle Menschen zu jeder Zeit stets ihr Bestes geben. Das Beste, was sie in diesem Moment geben können. Und so ist halt in mir der Wunsch entstanden, mit dieser gesamten Familie, mit all meinen Freunden an der Seite, einfach anzukommen im Leben. Und das war mein allersinnigster Wunsch, endlich mit meiner Familie Fülle, Erfolg und Reichtum in mein Leben zu ziehen, es besser zu machen als sie und sie dabei mitzunehmen auf diese Reise. Der größte Wunsch, den ich vor zehn Jahren festgelegt habe, war es, meiner Mutter endlich ein kleines rotes Auto mit einer Schleife zu schenken. Da bin ich ganz gerührt, weil ich diesen Wunsch erst letztens wiedergefunden habe in meinem Gehirn, sage ich jetzt mal so. Du weißt genau, was ich meine. Ich hatte den total vergraben. Und jetzt rück das so ziemlich näher. Das ist schon der nächste Tipp, den ich dir mitgeben kann. Schreib deine Ziele auf. Du kannst die Liste irgendwo ablegen. Du wirst sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort wiederfinden. Genauso wie du zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Person sein wirst. Und auf dieser Liste, da stehen dann die Dinge, die eintreten. Weil das, was du aufschreibst, was in diesem Moment aus deinen Wünschen, Träumen, aus deinem Herzen heraus entsteht, was du zu Papier bringst, das manifestiert sozusagen. Das ist genau das, was du in deinem Leben erreichen wirst. Aber wenn du nichts aufschreibst, lieber Freund, liebe Freundin, dann kannst du nicht ankommen. Wenn du nichts aufschreibst, was soll das Universum dir liefern? Ja, das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Ich arbeite mit dem Universum zusammen. Und ich rede dann auch immer mit dem Universum. Und alles, was ich mir bisher gewünscht habe, habe ich zu Papier gebracht. Und soll ich dir was sagen? Das ist wie Magie. Alles, was ich aufgeschrieben habe, ist bisher eingetreten in meinem Leben. Und jetzt kann ich tatsächlich sagen, ich bin ganz angekommen im Leben. Ich bin ganz angekommen in mir. Ich habe heute Fülle, Erfolg und Reichtum in mir, um mich herum. Mein Umfeld stimmt. Ich liebe mich und ich liebe meine Familie. Ich liebe das Leben. Es gab Zeiten, da hatte ich überhaupt keinen Bock mehr zu leben. Vielleicht kennst du das, lieber Freund, liebe Freunde, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Doch jetzt kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Jede Träne, die ich geweint habe, jeder Schmerz, den ich erlebt habe, alles, was ich an Hürden überwunden habe, war die Sache, die Kraft, die Energie wert. Weil jetzt bin ich vollkommen glücklich. Jetzt habe ich sozusagen immer das Lachen im Gesicht. Es sei denn, es geht mal um ein ernstes Thema. Doch auch dann kann ich lächeln, nämlich mit meinem Herzen. Und das ist es, was ich für dich wünsche. Und wir werden jetzt viele, viele, viele Folgen gemeinsam hier erleben. Ich lade dich ein, immer wieder einzuschalten, wenn ich mich mit meinem ganz angekommenen Podcast melde. Und ich lade dich ein, neugierig zu sein und deine Freunde einzuladen, sie mit auf die Reise zu nehmen. Weil ich einfach möchte, dass so viele Menschen wie möglich in ihrem Leben ankommen. Und ich möchte als Beispiel vorangehen für Menschen, die sich fast verloren und fast vergessen haben, die sich das Leben vielleicht sogar nehmen wollten, dass es sich lohnt aufzustehen und für seine Träume zu kämpfen, sich Menschen anzuschließen, die schon da sind, wo man hin will und diesen Weg zu gehen, um selber ganz anzukommen in ihrem Leben. Ich bin total dankbar, dass du bis hierher gefolgt hast und lade dich ein, einfach bei der nächsten Folge wieder reinzuschauen. Und das wird schon ganz, ganz bald sein. Und vielleicht empfiehlst du diesen wunderschönen Podcast deinen Freunden und Freundinnen. Und vielleicht machst du dir die ein oder andere Notiz und denkst einmal darüber nach, welche Träume, welche Wünsche, welche Ziele du in deinem Leben hast. Und mein Tipp nochmal zum Schluss, schreib sie auf, denn dann kann die Magie wirken. Alles Liebe, deine Steffi. PS. Der Folgentitel ist Dein allersenlichster Wunsch. Dein allersenlichster Wunsch ist es, endlich ganz angekommen zu sein im Leben. Und dazu ist es ganz wichtig, dass du dir deine Wünsche, Ziele und Träume notierst und das niemals vergisst. Du wirst wissen, wann genau dieser Zeitpunkt gekommen ist, in dem dein allersenlichster Wunsch in Erfüllung gegangen ist und du ganz angekommen bist im Leben. Wunsch in Erfüllung. 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 Vielen Dank.